Du musst einfach irgendwann, wenn Mika dich zuneinigt ist, einfach die Kamera ablenken. Ich kann einfach Mika wegklatschen. Soll man mich ablenken? Das wäre schlimmer als die Kamera abzulecken. Und wie ist denn? Hallo, ich bin Karl. Ich bin auch dabei. Alter, er geht halt einfach nicht dran. Hallo, wer endet? Wir zählen 20 Stücke, jetzt sind aber nur 18. Hier hast du zwei Stücke und ich hab fünf. Das ist ja krass unfair. Weiß ich nicht. Wer hat meine Stücke? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch, als du mir die Frau außer den Tisch getackert hast. Ah, Mist, vielleicht ist meine Schokolade ja auch einfach nur durch den Tisch gefallen. Alle Molekule haben sich verfehlt. Dann setze doch einfach mal. Karl, du bist die vierte Person. Ja, das ist wie bei Inner-Sense und nicht Behind-Sense. Also entweder hast du nicht erzählt oder hat Jan sich erzählt. Okay, wer hätte dann zu wenig mehr? Du musst immer den für... Und der spricht, Karl. Du sprichst ger... Du sprichst ger... Du sprichst ger... Hilfe! Einfach verzweifeln. Genau, einfach deine typische Verzweiflung. Du hast dich nicht selbst gefilmt. Du hast dich nicht selbst gefilmt. Du hast dich selbst gefilmt. Du hast dich selbst gefilmt. Ja, okay, dann will ich einfach vorstellen, dass sie enden kann. Letzte tauschen, dann passt das. Äh, wollen wir vielleicht mal einen Namen ausmachen, dass wir wissen, wie wir nicht? Haben wir doch. Du bist Hermann? Hey, denk dabei. Lass dich in der Verzweiflung sein frechig und wild und wunderbar. Haar gut. Hans. Ah, die fangen ja alle mit H an. Ich hab's jetzt erst gerallt. Haar! Ja, das steht eigentlich für Heil Hitler, also... Haar! Das ist nicht korrekt. Das ist ja falsch, du es. Sowas kommt niemals ins Behind-the-Seen. Natürlich nicht! Ey, willst du mal das Behind-the-Seen schneiden? Tom hat nicht mal diesen Podcast geschnitten. Wir haben jetzt übrigens einen Podcast, die netten um die Ecke.de. Nazis. Die Nazis. Die Nazis. Die Nazis. Das ist ja, das steht für Heil Hitler. Ja, da... Was ist denn los? Was ist denn los? Wir füllen Strafen ein. Das mach ich mit meiner Meute immer, also mit den kleinen Kindern. Wenn einer reden will, dann ruft der Krick, dann rufen alle anderen einmal Krack. Und dann sind alle leise, bis auf der der Krick gerufen hat. Und dann versuch das nochmal zu verhindern, weil er Angst hat, dass es rauskommt, dass er sich verzielt hat. Ja. Tom schiebt sich so die ganze Schokolade gleichzeitig. In einem Take. Die kommt los und versuch sie wieder raus zu ziehen. Nein! Nein! Und er beißt von in dem Moment einfach zu. Und dann hast du die Hände wieder so... Die Tee ist da, dass du gibst, Schokolade! Das ist so ein Knauf ab, wie du so... Ja, rausch. Das finde ich gut. Ja, okay. Wir machen das jetzt. Gut. Haben wir ein Whiteboard? Nein, haben wir nicht. Janschke, was tun? Ich schreibe gerade Toms Küche mit komischen Frommeln aus der Frommel-Sammlung vor. Also, mein Herr ist sehr froh. Ja, was machst du da? Ich habe jetzt nur nie mit ihr... Ach, geh weg mit Katar.